Ich bin evangelisch, weil ich evangelisch bin. Das kann man auch näher erläutern. Ich bin aus einer konfessionsverschiedenen Ehe und ich bin also bewusst damals evangelisch getauft worden. Und ich bin in dieser Kirche aufgewachsen und das hat mir auch gut gefallen. Und im Vergleich mit anderen Möglichkeiten fand ich das eigentlich immer evangelisch besser. Es war irgendwie freier, man konnte seine Gedanken freier ausdrücken und vor allen Dingen man konnte den Gottesdienst alles verstehen. Als ich ganz jung war, da wurden die Messen, die katholischen Messen, wo ich ab und zu mich hingingen, Lateinisch gelesen. Und das konnten die Gemeindemitglieder ja nicht verstehen. Das heißt, einige schon, aber nicht alle. Und das fand ich also irgendwie nicht gut. Und ich habe gedacht, evangelisch ist schon gut, bleibe ich. Jetzt ändere ich das sowieso nicht mehr. Maintenant, gehen wir auf. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020